Stimmt, wir waren ja auch... LOL, die haben uns... Ich wette, die haben uns noch gecrusht. Mh... Ich weiß nicht, ob sie die Crush-Mechanik für die noch drin haben, aber... Naja, die war Level 82. Die war drei Level über mir, aber Crushen geht erst ab vier. Du bist 79, ne? Ja, ich bin 79. Bitte? Ich bin 79. Ja. Was hast du gesagt? Ich bin 78. Ihr habt mich gecrusht. Ich wollt grad sagen, dann haben sie zumindest... Unseren Highlights erlegt. Aber übelst. Hallen der Blitze... was weiß ich muss erst kurz warte ich mach mal eben das addon aus, warte mal kurz zu spät boah Kilian war's, Kilian war's und die Leute nicht mal kurz warten, dass der Heiler okay war ja das wird halt heutzutage ein bisschen überbewertet das ganze so storyline muss ich ausschalten weil das ist ein bisschen ich fühl's questens von low levels oder zum alleine spielen ist storyline ein richtig lustiges addon aber wenn man in der gruppe spielt und schnell ein paar quests annehmen möchte ist das nervig weil der endlich die quatsche erst mal das ohr in ne 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 trikadelle an den kopf wo du die quest annehmen kannst da würde ich vorher gern ganz kurz warten bis die wieder klein sind ja das geht schon wesentlich angenehmer okay ich bin level 30 geht's halt geht's halt okay das ist der traum eines jeden schutzpaladins nur noch zwei tasten drücken zu müssen weil er die ganze zeit irgendwas prockt die kann ich auch wieder mit schnellen heilungen heilen ohne umzugehen weil ich nicht so permanent verheilen muss ja gerade wenn ich mal eine sekunde nicht geheilt habe was für das tod ist ja die haben aber auch ordentliche kellen verteilt vorhin jetzt müssen wir während man ganz kurz warten dass der boss zurückkommt jetzt wollen wir den nochmal sind dp okay der hat doch das macht hier nix machte überhaupt nix machte überhaupt nix machte überhaupt nix hat nix gemacht doch wieder stoff aber im willens gab es vielleicht jule und für den teil liebe ich eine mitgehende weihe ja hätte ich damals auch gern gehabt also für so für diesen teil hier ist die einfach genial so rüstung um 10.000 verringert also meine rüstung ist damit ziemlich genau auf null läuft bei dir sie wäre irgendwo bei minus schieß mich tot aber übrigens du kannst den brennenden ansturm wieder ausmachen meinst du ja meine ich bist du sicher ja bin ich mir sogar ziemlich sicher ich habe ich aber keine heilung ich habe eh schon mal herausgefunden dass man sich damit nicht selbst umbringen kann macht nix trotzdem kriegt gar keine heilung habe ich schon gerufen ob er sich die ganze zeit schaden bekommen hat so sind zwei ich habe ihn nur brennen gesehen na toll na toll ja und ich habe ihn sterben gesehen ja und ich habe ihn sterben gesehen das habe ich nur denkst ja sind wir schwarz im gesicht ich war nicht so viel auf die fresse ja ich habe einen attack rufen ich meine ja auch kümmern ich muss gerade wieder ich muss gerade warte warte aber ich ruhe ich habe mich gerade wieder umgeheilt warum machst du das auch weil neue seelensteine gesundheitsteine seelensteine sind was anderes 1 1 eurer gruppenmitglieder hat sich kürzlich zufällig da war oder hat sich angeleucht warfschwanger bereit auf abgängszeit auf abgängszeit bereit bereit ok reichsmana wieder ja jetzt auch mal hab ich schon wieder stoff heute stofftag stoff start für ein teil ich hasse ihn bevor ich hast ihn gar nicht benutze i see fire falling from the sky deno guck mal oka mein intelligent hat sich gerade um das dreifache verringert nein eigentlich ist oka schlau es gibt was Dömeres als oka packer packer er hat 2 und trox obwohl oka haben unter anderem ja die die trox haben bei denen gibt es doch so einen schönen buff der trocken ist und den hinweg kapiert das der packer und jetzt nicht wirklich der top Art aus W.O.W. Ja, das weiß ich. Ich bin bewegungsunfähig. Warum? Wie kommt es denn jetzt auf Alpacas? Nicht Alpacas! Hacker! Die Lageristen! Parkär, nicht Parker! Ach so! Du darfst doch jetzt hier nicht den Lageristenhof in den Dreck ziehen. Wenn du dir tagtäglich die Packer angucken würdest, die bei uns arbeiten, würdest du es auch drüber? Aber dann sind es da gemein. Ich weiß nicht, dass nicht alle über einen Kampf zu scheren sind, aber die bei uns sind einfach nur Strumpfdruck. Da ist ein Baum intelligenter. Da ist ein Stein intelligenter. Und da geht er down. Ne, ich sag's doch, heute ist Stofftag. Wo geht's hier lang? Da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Durch diejenige kann man sich wenigstens wieder schön durchschnetzeln. Ich bräuchte sowas mal, ich bräuchte mal langsam sowas wie ne Heiler-Rotation. Und sowas wie ne Heiler-Rotation gibt's nicht. Heiler, heiler, nach Bedarf. Außer beim Priester. Nicht mal da, der Einzige, der wirklich sowas ähnliches wie ne Rotation fahren kann, ist der Rashami. Hilfe! Äh, was macht ihr da hinten? Ich weiß nicht. Das Einzige, was halbwegs noch an Roter rankam, war der Diszi, der mit seinen Schadenskills in der Reihenfolge arbeiten musste, bevor er irgendetwas anderes tut. Das ist auch schon wieder ein Addon her. Äh, ich rede von, ich rede davon, dass der, äh, dass der Heiligpriester, äh, seine große Heilung mal schneller macht. Ich weiß nicht, schneller machen konnte, glaub ich, oder? Ja, aber das, äh, wenn du das die ganze Zeit gemacht hast, bist du umgegangen. Aber zwar ziemlich schnell. Ja, ne, seine günstige Heilung konnte er mal verstellern. Ja, du brauchst, du brauchst aber, das, dann bist du Blitzheilung, Blitzheilung, große Heilung als Roter gefahren. Und das, äh, hat ein Mana gezogen, glaub mir. Ja, ist besser, als die ganze Zeit nur Blitzheilung zu stemmen. Ja, und das, also die ganze Zeit schnelle Heilungen, das macht gar kein Heiler. Also, das ist nur wirklich nur im allerhöchsten Notfall. Oder man macht sowas wie gerade. Da ist die heilende Berührung einfach zu langsam. Der Einzige, der da so was hat, was halbwegs an der Rot herankommt, ist wirklich der Shami, weil der kann Springflut, Welle, Welle machen. Warum kriege ich hier hinten so viel Schaden? Weil du weniger Schaden kriegst, je näher du am Boss stehst. Bossmechanik und so. Achso, schon zu lang her. Schusswaffe und eine Inhaltskette. Willenskraft? Äh, kann ich nicht gebrochen, weil ich ja schon was, äh, äh, nicht. Warum? Ach, wie lange. Oder mein. Hast du wenigstens was, was ich gebrochen kann? Schultern, ne? Hatte ich auch nicht gebrochen, danke. Und ich kann eine Quest nicht abgeben, weil ich wahrscheinlich Loken looten muss. Hm. Gut, dass ich Loken looten muss. Ja, gut, dass es nicht irgendein anderer Boss war, den du irgendwo früher vergessen hast zu looten, hm? Ja, das ist genau das, was ich damit machen will. Wie lange hast du noch bis zum Level ab? Wer? Du? Ich bin schon Level A, 79. Okay, das, das wollte ich hören. Oh. Warum? Wenn ich jetzt mal ganz kurz was nachschauen muss. Ja, weil ich jetzt zufällig wieder anmelden kann und die gleichen vier drankommen, die ich gerade spezifisch wollte. Okay.